Ja, kommen wir zum nächsten Stück. Man soll es ja nicht glauben, auch Schlagzeuge können tönen. Und dabei muss man ja mal sagen, also ich bin wirklich froh, mit Johannes selbst schon in der zweiten Wend Musik machen zu dürfen. Also gerade für einen Rassisten ist das immer eine besondere Ehre, mit einem tollen Schlagzeug zusammenzuspielen. Und Jo ist eigentlich sozusagen der Lebensendebedarf, was ich an Schlagzeuger brauche. Mehr brauche ich nicht. Naja, egal. Also ich wollte nur sagen, ja, auch Schlagzeuge können tönen. Und deshalb ist der nächste Song von unserem lieben Johannes. Stellt euch vor, eine Weißleinwand. Das Zusammentreffen aller Erfahrungen ergibt ein einziges Weiß. Und ihr habt jetzt die Chance, dieses Weiß zu füllen mit euren Gedanken. Mit was immer ihr wollt. Der Song heißt Nice and White. Und dann geht's. Und dann geht's. Rolling nutz. Und dann geht's. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.